Stefan Kunz übernimmt die türkische Nationalmannschaft. Es wurde ja schon ein paar Tage gemunkelt, aber jetzt ist es amtlich. Kunz wird türkischer Nationaltrainer. Und ich finde, den Türken ist damit ein richtiger Kugelung. Denn bei der U21 war Kunz immer so ein bisschen unterm Radar, aber er war mega erfolgreich mit der Mannschaft. Und deswegen glaube ich auch, dass Stefan Kunz die Türkei zur WM 2022 nach Katar bringen wird. Auch wenn sie 1 zu 6 gegen die Holländer verloren haben. In der Gruppe liegen die Türken auf Platz 3, nur 2 Punkte hinter Holland und Norwegen. Was glaubt ihr, schafft es Stefan Kunz die Türkei zur WM zu bringen?